Oh nicht gut. Mag nicht sterben. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden durch den Schein. Da hinten hockt das. Ich seh ihn. Ah! Ich seh ihn ganz hinten. Oh fuck you bitch. Aua. Hure kack. Arschloch. Tenis. Hau auf mich zu schießende Bastard. Kann sein, dass er von da oben geschossen hat. Das war auch noch einer. Aber wir rennen jetzt einfach. Aber den anderen, auf der anderen Seite, den hab ich noch gesehen. Ja, da halt so. Ja, ich renne mal lieber. Der schießt jetzt eh noch ein paar mal auf mich. Ich werd's gleich merken. Wenn er jetzt nochmal auf mich schießt, kriegt da einen. Dann battle ich mich mit ihm. Es sei denn, er gibt mir einen Headshot. Denied, motherfucker. Denied. Denied. Hast du noch einen Freund? Der war nicht schlecht. Mal aufpassen, dass er nicht nochmal irgendwo einen Freund hat. Ich bin ganz hinten auf mich. Ich habe mir ein paar Augen. Ich habe mir einen Vorschläge. Ich habe noch einen Vorschläge mit ihm. Ich habe mir einen Vorschläge.